Hallo liebe Freunde der Akustik Jukebox. Es ist wieder soweit. Kurz vor Weihnachten schicken wir euch einen neuen Trailer, denn wir brauchen eure Anmeldung zur nächsten Session am 11. Januar im Bon Voyage. Mit dabei Tim Ludwig an der Gitarre. Das Motto wird sein Songs from Movies and TV Series. Also nutzt nochmal die Feiertage und Netflix so ordentlich. Sucht euch euren Lieblingssong aus, aus Filmen und Serien. Und übt vielleicht schon mal dies, die hier. If there's something strange in the neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! Wir sehen uns am 1. Januar im Bon Voyage. Frohe Weihnachten, wünschst du die Akustik Jukebox.